Neu-Holland-Schweiz und bauernfilme.ch präsentieren Jeden Monat ein 5-minütiger Online-Film aus dem Leben einer Lohnunternehmerfamilie Rolf, Monika, Adrian und Thomas Haller Eine Familie im Spannungsfeld von Mensch und Maschinen Mit persönlichen Einblick Ich bin Otto Romand und arbeite seit 1,5 Jahren im Lohnunternehmer Haller Faszinierende Bilder Und interessante Details aus dem Schweizer Pflanzenbau Hinterher kommt eine 6 m breite Seilmaschine, Einzelkorn, die die Körnchen in den Boden drücken und zwar nur 2 cm tief Beim Faszinierende ist das Wichtigste die Breite Wir haben eine 3 m breite Breite und das ist manchmal nicht einfach Ich freue mich schon, es wird wieder eine sehr intensive Zeit geben Aber ich freue mich, es ist eine schöne Zeit, auch untereinander mit dem Team zu arbeiten Das gefällt mir und wir haben es gut untereinander Von April bis November 2009, immer am 30. von jedem Monat Ein neuer und aktueller Film hier auf dieser Website Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.